also willst du jetzt behaupten unser Orif Leiter ist ein Lappen? Nein, ich bin ein Lappen Yo Leute, willkommen bei Blended Side 2 mit den Lappen zur 291. Folge Leck mich an mal Leck mich fett 291 Folgen und ich bin jetzt wieder total am Arsch der Welt gespawnt Ja, wie immer Ja, Markus ist eigentlich auch noch dabei Er wusste Und Dark labert mal wieder Und Dark labert auch wieder in die Aufnahme Naja, lass ihn doch labern Das darf er Leider vor so lange hat er noch mit geredet Warum soll er nicht mit mir reden? Ach Scheiße bist Ja Wollt's jetzt nicht sagen, ne? Na fuck you, ne? Wollte ich jetzt nicht so sagen Doch wolltest du Achso, ich hab's auch Das war deine Absicht Ich bin doch nicht scheiße Ich bin einfach nur besser als ihr Oh, ich hab mich abgefasst Lalalalalala In Seepombe Lalalalalala Nein, ich hab's für die letzten Fünf Tage im Plan Das hat erreicht Einer hat gewonnen Ja, er hat Einer Er hat Einer gewonnen Ich bin krankgeschrieben Ich kann nicht spielen Ich bin Platz 4 hier auf Ich bin Platz 1 Ja, du bist hier Platz 1 und nicht von Platz 4 und gerade ist mir aufgefallen, ich sollte über die Fresse halten Ja, das sag ich dir schon öfter Wer ist Platz 1? Buderwacker Platz 1 hier in der Wertung auf der Base und nicht von Platz 4 Platz 3 Platz 13 Alter Nein, es ist ein Lappen, du kannst halt nix Das nur Warnungsalter, der ist hier Ja, ja Dann am Masken ist erster Ich brauche jetzt kein Ding mehr Jetzt bin ich Platz 76 Ich auch Ich bin ins Platz Ich stehe gar nicht in der Wertung Scheiße Aus der Wertung rausgedauert Keine Ahnung warum, ich bin einfach zu gut für die Welt Achter, Alter Achter 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 So, ich hab ne Ping von 1000 gehabt gerade Ja, das war Markus, komm mal zurück zur Deepcore Base Ich bin grad woanders gespawndelt Digcore Ach da, ich hol dich ab Markus, ich hol dich ab Ja, wir holen die Bastion Aber irgendwann muss die Panzer wegräumen Ich mach's weg, ich mach's alle weg Ja, viel Spaß Ja, ich nehm mal B ein, ich nehm B ein, ich kann B ein nehmen Ja, mach's halt HB eingenommen. Bin jetzt wieder Platz. Nicht in der Wertung. Platz, nicht in der Wertung. Da Vitalik. Oh, noch ein Verdienst. Ja, da ist die Platonführung hier. Ja, wahr. Und die kriege ich in letzter Zeit auch ganz viele. Warum bloß? Warum? Du bist doch Platonführer. Ja, aber die kriegst du nur, wenn dein Platon was erreicht. Sehr gut, das ist schwer bei dir als Führer. Ja, gut, dass wir die Alarme ja alle gewinnen. Markus, komm runter. Warum? Warte an der Mauer mit dem Harry und der Halle Bade. Wirst du hin? Darüber zu der Base und den ihre Panzer zu spüren, vielleicht. Die Bergen, was du mal was? Das ist ein Jahr. Ja, das ist ja. Der wird halt medisch. Ja, und ich habe noch einen anderen Engine mit hier von mir. Scheiße, bei Ihnen. Das geht nix, das bringt nix. Nur tot. Oh, das bringt doch nix, Jungs. Hier könnt einfach nix. Alter, was ist denn der jetzt da? Ja, aussteig ein. Oh, nehm ich dir mal mit. So, kann ich jetzt endlich spawnen? Ja, warum für der andere Base? Ich finde die Bastion ist... Äh, Leitling. Aber warum bist du eigentlich Platonführer und nicht Dark? Weil Dark so was nicht kann. Also willst du jetzt behaupten, unser Orif-Leiter ist ein Lappen? Nein. Ich bin ein Lappen. Achso ... Ich geh jetzt nämlich auf Band geraten. Okay, geil, geil ... Ja, und? Was hättest du von? Der hätte zusammen geschissen, weil du der Boss bist. Nein, jeder ist bei seinem Tun und machen selber verantwortlich. Ach so. Und für das Schlechte seid sowieso ihr nur verantwortlich, weil ihr Lappen seid. Äh, wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Du auch? Du bist ja genauso ein Lappen wie ein Lappen. Ich bin der Oberlappen, deswegen kriege ich kein Ärger. Guys, wir können... Entschuldigung, du kriegst von Dark Arger, der ist der Ansprechrat. Ich kriegst, ähm, Weakles von Hayoka-Technical-Plant, so bitte redet auf Hayoka-Hayoka. Oh Sven, das ist so doof, wie du ein Echo hast. Oh, das ist ja doof. Was? Hayoka? Wo ist Hayoka? Beim Wegpunkt. Futter beim Wegpunkt. Oh, krass. Was willst du hier? Panzer holen. Kannst du überhaupt das über dem Feuer erscheinen? Nein, Alter, was ist das mit Panzern? Dann besser Panzer fahren. Alter, wir gehen bald 300 Folgen, was machen wir da? Panzer fahren. Panzer fahren. Nein, wir müssen echt was machen bei 300 Folgen. Ja, das ist dein Projekt, Bro. Das musst du machen. Nicht wir. Du, Tör? Oh, du bist ein Lappen. Warum erschießt du gerade unseren eigenen Mann? Ja, schieß den nicht. Du erschießt? Ich schieß nicht mal. Doch, du hast... Du guckst das Video, du hast einen Back gehabt. Du hast alle erschossen. Futter da wieder Bullshit, ey. Alle, die Schnauze, guck das Video an. Ich schieß doch gar nicht. Ne. Markus, du musst bei mir wieder mitfahren. Ja, ich spung gerade bei Hitler. Kann ich mit einem Schlüssel einen Harry töten? Nein. Ne? Komm mal, man geht nicht, warum er abhielt. Fast, warum, warum, warum. Verstehen wir mit ein paar Menschen, warum? Ich brauche es, wir machen mich. Du musst dein Wagen reparieren, der brennt ein bisschen. Hä, meiner? Ja, gar nichts. Der brennt nicht mal. Ich brauche, bullshit. Ich brauche das. Weil wir haben schon so viele Sundays hier. Oh, nicht alle im Weg stehen. Unglaublich. Ein für jeden Trupp. ein was können die ja eigentlich erlangen ist lappig sein gibt ihm geht in hat er gesagt video was du willst dass du da warst du laberst mich hängen ja und ich mache glaube ich ich mache den internen chat mal leise weil das echo nervt in der aufnahme ein bisschen bei ganz aus nicht immer muten das wäre auch eine idee was warum so richtig muten ich bin da nicht nur so könntest du das bin ich hier richtig wo ich falle dem einen hinterher ich habe keine ahnung ich glaube der eine karte hat auch sein bullshit ganz ausschalten aber tun ganz leise machen ja oder einfach den lautsprecher klicken dann ist er nämlich auf stumm gestaltet mein worst chat für dich ja ich mache sie ja schon ist schnauze bei sprach chat und ich bin zu weit weg ja ich bin abgehauen aber du kannst auf druck gehen dann kannst du es machen was echt trug ja trug war es wenn wir jetzt nennen wir dann nirgends sein ja latbestell supervised zum jahren halt und kein harger oder gleichen welt nichtmäßig ich bin älter so ich muss es zu tun muss von mir lernen nein du musst von den leitern lernen das was der einseitig ich kann nicht von leitern der leiter sind die haben nur sprossen ich weiß sie meinen sand hinterher komme ich überhaupt hoch wir bekommen beschossen markus ja für die zeug immer herstellen wie komme ich in den berg hoch ja ja auch wir haben es gemacht ich habe eine straße gefunden ich nehme einfach mal die straße die straße wäre eine gute idee zwar eine möglichkeit von vielen die andere wäre über den berg fahren oder mit der panzer am markus ich glaube stehen wir ziemlich cool oder da unten ist einer gerade aus geradeaus geradeaus noch geradeaus unten am berg da wurde alle rumballern du schaust quasi ihn auf ihren sporen direkt als nur wer eingeführt noch mal wegpunkt weiter oben ist in der sporen er wird das schlau ja wo der panzer steht was im panzer also schießt sie auf den aus von sporen ihr werdet den sparen sporen mit einer helfer schickte ich konnte ich konnte er hat noch ein schick kommen in der dritte ist es ist ein bisschen behindert die zu fahren nicht viel platz wurde es hinter mir ach du scheiße ich vorweg hier sterbe ich gleich neil für den berg der platz war zu eng okay für das hier untergefallen was geht's mit feld ist bei uns im trupp juhu ein bisschen so lange haben wir sie wieder eng ich muss mal jedes Jahr tun wir auch wollen die Welt die kommt immer wieder herr blocky spielt woanders und schießt du bist auch auf dem und schießt das nur noch an zweiter mieter und schießt was ist ein guter zweiter mieter und schießt ja